Hallo zusammen, herzlich willkommen bei meinem Video, warum ich nie einen Hafflinger wollte. Ich werde im folgenden Versuchen ein paar Fakten ein bisschen näher zu erläutern, warum viele Menschen keinen Hafflinger haben wollen. Fakt 1. Hafflinger sehen alle gleich aus. Dass Hafflinger alle gleich aussehen, dürfte euch ja vielleicht schon mal bekannt geworden sein. Das Problem ist, das kenne ich selber. Ich komme morgens an den Stall und denke mir, scheiße, welches ist dein Tier? Und da bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten über Möglichkeit A. Du versteckst dich hinter der Halle, bis alle anderen Menschen ihr Tier von Poyla geholt haben, damit du weißt, welches dir gehört. Aber diese Möglichkeit ist vielleicht nicht ganz so klug, weil das Problem an der Sache ist, irgendwann stehen 20 Menschen hinter der Halle und finden alle ihr Pferd nicht mehr wieder. Deswegen ist diese Methode nicht so zuverlässig. Dann gibt es noch Methode B. Du kaufst einfach Halfter in sämtlichen verschiedenen Farben und Formen, damit du dein Pferd immer unterscheiden kannst. Wichtig hierbei ist nur, sich zu merken, welches Halfter ich an welchem Tag angezogen habe. Allerdings ist dies ein sehr kostspieliger Punkt. Hierzu habe ich euch eine kleine Rechnung aufgestellt. Kleinen Augenblick. Und wie man nun an der Rechnung sieht, ist es günstiger, Anschaffungspreis Haftlinger plus sämtliche Halfter, um sie unterscheiden zu können, gleich Preis von einem Warmblut. Also sollte man sich vielleicht direkt überlegen, ob man sich nicht ein Warmblut kauft. Die sehen schließlich alle anders aus. Fakt 2. Haftlinger sind faul. Wie ihr sicherlich alle wisst, sind Haftlinger sehr, sehr faule Tiere. Jedes Mal, wenn ich vorhabe zu reiten, sagt Amy ganz klar, ich habe einfach keinen Bock. Und das ändert sich auch an anderen Tagen nicht. Haftlinger sind einfach faul und liegen den ganzen Tag nur rum. Hier auf den folgenden Bildern sehe ich euch mein Elend. Fakt 3. Haftlinger sind faul. Fakt 3. Haftlinger sind alle fett. So, als nächstes blende ich euch mal ein Bild von einem Haftlinger ein. Nein, dies ist kein Haftlinger. Das ist eine tibetanische Bergziege. Wird oft mit dem Haftlinger verwechselt, kann aber aufgrund der Statur überhaupt nicht sein. Und jetzt zeige ich euch das zweite Bild. Wie ihr auf dem Bild seht, ist das ganz klar ein Haftlinger. Gut zu erkennen an den dicken Stammfachen und an dem dicken Bauch. Fakt 4. Haftlinger kann man nicht reiten. Wie hier sicherlich jedem von euch bekannt ist, kann man Haftlinger definitiv nicht reiten. Das liegt zum einen daran, dass sie zu faul sind, zum anderen sind sie auch einfach viel zu dick. Man kann weder mit ihnen Dressur reiten, noch kann man mit ihnen springen. Und dann kann man nach dem Bild. Untertitelung des ZDF, 2020